Was für ein heftig krasses Jahr 2023. So viele Ereignisse, eins nach dem anderen. Irgendwie gefühlt hat es gar nicht mehr aufgehört und jetzt kommt schon 2024. Und daher möchte ich eine schamanische Botschaft mit euch teilen, die ich erhalten habe. Und diese Botschaft hat es echt in sich. Auf der einen Seite wird dir diese Botschaft wie so ein Wegweiser sein, wie so eine Art Pfad, damit du einfach gut gewappnet bist für das nächste Jahr. Und auf der anderen Seite sollst du dir die Augen öffnen, dich wachrütteln und dich gut vorbereiten auf das, was kommt. Wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, dass ich keine so klassischen Voraussagungen mache. Weil, das ist auch schwer, weil die Welt sich ständig im Fluss befindet. Und genau diesen Fluss schaue ich mir an. Es gibt so eine Art kollektiver Bewusstseinsstrom. Und je nachdem, wohin und wie der sich bewegt, kann man dort eben spannende Dinge erkennen und schauen, was auf uns zukommt. Und je mehr man darüber Bescheid weiß, was da so passiert, was die größten Wahrscheinlichkeiten sind, umso wacher und klarer kann man sein eigenes Leben steuern. Deswegen dieses Video. Und hier im Video möchte ich dir Einblick geben in das, was mir dort gezeigt wurde und wird, was auf uns zukommt, wenn die Menschen quasi sich so weiter bewegen und so weiter entscheiden, wie sie es jetzt gerade tun. Darauf baut das Ganze sozusagen auf. Und man kann hier auch sehen, wann welcher Einfluss auf diesen Strom trifft und wie sich das auswirken wird. Und ich habe auch gesehen, dass dieser Bewusstseinsstrom versucht wird zu beeinflussen. Also manche wollen ihn manipulieren. Das kann auch teilweise gelingen, aber es kommt einfach aufs Kollektiv drauf an. Aber am Ende hat dieser Strom, dieser Bewusstseinsstrom sein Ziel, dass er einfach unablässig verfolgt, egal wie lange es dauert. Irgendwann kommt er zu Hause an. Da, wo das große Aufwachen geschieht und die Erinnerung an das wahre Selbst. Da geht der Strom letzten Endes hin. Okay. Was genau kommt denn auf uns zu 2024? Das erkläre ich dir jetzt. Zunächst mal allgemein gehe ich darauf ein, was die Kräfte, die Energien, die Möglichkeiten, die Potenziale sind, die da kommen. Und später gehe ich da noch konkreter darauf ein, was das für Beziehungen, für Beruf, für Gesundheit und für die spirituelle Entwicklung bedeutet. Es wird auf jeden Fall eine turbulente Zeit kommen. Das ist sicher. Das sieht einfach eindeutig so aus. Aber zunächst kommt mal eine ruhige Zeit. Der Januar und der Februar, die haben so eine Qualität von Auszeit. Daher ist wichtig, hier erstmal eine Weile zu ruhen. Das heißt, wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die sind besser ab März zu treffen. Weil ab März sind die Energien, die Kräfte so, dass man volle Unterstützung bekommt, die Dinge, zu denen man sich entscheidet, auch in die Tat umzusetzen. Daher sind Januar und Februar sehr gut geeignet, um Pläne zu schmieden. Da ist die Kraft dafür da. Im Januar geht es erstmal darum, nachzuspüren, nachzusinnieren auch, in sich reinzuspüren und zu gucken, was genau ist mir denn wichtig im Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Und im Februar sind die Kräfte dann dafür bereit, um konkrete Pläne anzufertigen für die Umsetzung. Der Januar, der schenkt uns auch eine Form von Willenskraft. Das ist auch besonders interessant. Und da im Januar die Willenskraft quasi einen zusätzlichen Turbo bekommt, ist es da auch leichter als sonst herauszufinden, was man wirklich will. Ich kenne das, ich sehe das ganz viel, dass viele Menschen nicht, die fragen sich, was will ich wirklich? Wie komme ich dahin, dass ich weiß, was ich wirklich will, was wirklich wichtig für mich ist? Und Januar 2024 ist wirklich so ein Monat, wo man das leichter denn je herausfinden kann. Da kann man gucken. Was will man wirklich tief drin in der Seele? Was macht einen wirklich glücklich? Was befriedigt, befriedigt einen wirklich? Was schenkt einem wirklich Frieden? Und zwar nachhaltig und langfristig und nicht immer vom einen zum anderen hüpfen und dann merken, das war es doch nicht, sondern wirklich so tief drin. Dafür haben wir wirklich Kraft im Januar. Und ab März starten dann viele Seelenpläne wieder. Das ist, seit einigen Wochen ist es jetzt schon so, dass viele Seelenpläne auf Pause gestellt sind und das dauert noch bis circa Mitte, Ende Februar und ab März wird dann das Steuer des Lebens, dann wird dann mehr vom Nicht-Alltäglichen übernommen, also von der Seelenebene aus. Und im März ist dann einfach die Zeit, um Vollgas zu geben. Da hat man voll die Power von der Seele, da ist alles dafür da, damit man da richtig seinem Leben quasi die Richtung geben kann, wo man das möchte, die Richtung, die man gewählt hat. Und jetzt wird es spannend. Alles, was man im März aktiv angeregt hat, was man da aktiv getan hat, woran man gearbeitet hat, wozu man sich entschieden hat, was man losgetreten hat, wo man richtig rangeklotzt hat, das wird sich dann bis Mitte September circa entfalten können. Ja, es kommt aber noch was Wichtiges. April bis September sieht das in dem Bewusstseinsstrom aus wie ein schwarzes Loch. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen krass, aber das bedeutet einfach, dass hier vieles verschluckt wird, dass da vieles im Dunkeln liegt. Ja, und deswegen ist da viel Raum für Manipulation, für Missgunst, für Chaos und für leidvolle Erfahrung. Das heißt nicht, dass das kommen muss, aber da ist viel Raum, weil dieses schwarze Loch dort bedeutet, dass das Bewusstsein zurückgeht, also dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei den Menschen, die sich wenig mit ihrer Bewusstseinsschwingung, mit Wachsein, mit Bewusstsein im Alltag beschäftigen, dass da das noch weiter zurückgeht. Und da ist natürlich ein Mensch dann offener für Manipulation von außen und dass ihm das Leben aus den Fugen gerät sozusagen, dass ihm das entgleitet. Es ist wichtig, das vorab zu wissen, weil dann kann man sich darauf vorbereiten. Aber nur weil da viel Raum ist für diese Dinge, bedeutet es nicht, dass sich das so auch für dich oder kollektiv für alle Menschen realisieren muss. Aber so sieht es da gerade aus. Und wenn man das weiß, kann man jetzt schon was tun. Ja, sich vorbereiten. Wichtig ist, du legst quasi Januar bis März fest, was dann dort für dich geschehen wird. Also hast quasi in den ersten drei Monaten selbst in der Hand wieder ein weiteres Jahr verlaufen wird. Das ist wirklich ganz wichtig. Das hatte ich bisher noch nie so, aber das habe ich noch nie erlebt, aber 2024, die ersten drei Monate, die entscheiden maßgebend, wie das weitere Jahr für dich laufen wird. Besonders im Sommer dann, wo dieses schwarze Loch da kommt, was viel verschluckt, wo es Bewusstsein und die Energie wegschlucken kann. Und natürlich ist da noch der Seelenplan da, der hat auch sein Wörtchen mitzureden, aber im Grunde steuerst du im Alltag. So, und im August, da haben wir, ich nenne das mal wieder mal so eine Knallenergie. Das heißt alles, was nicht im Sinne des Seelenplans ist, was nicht in Harmonie mit dem Selbst ist, mit deinem wahren Selbst, kann sich in einem großen Knall zeigen. Bäm. Das ist so eine typische Energie für Schicksalsschläge, für krasse Veränderungen, für Unfälle, für irgendwas zerbricht, irgendwas geht kaputt, irgendwas wamm, ruckelt, bumm, ja, Knallenergie. Das Unbewusste kann sich hier quasi schlagartig an der Oberfläche zeigen, so wusch und den Alltag so richtig überrumpeln. Diese Energie ist im August da, da wo viele in Urlaub gehen. Und gegen Ende des Jahres, ab Dezember, haben wir dann nochmal so eine Knallqualität, aber sehr, sehr viel schwächer. Komme ich nochmal dazu gleich. Oktober und November sind eher ruhige Monate. Das sieht so aus, als würde da nicht viel passieren. 2023 waren so, ja, Oktober, November, so die richtig krassen Aktivmonate. Da ging es voll ab. Wer da was geschaffen hat, der hat für die nächsten Jahre viel geschaffen. Da ging es voll ab. Aber nächstes Jahr, 2024, Oktober, November, sieht eher so aus, da wird nicht so viel passieren. Heißt natürlich nicht, dass da gar nichts passiert, aber das sind von der Energie eher ruhige Monate. Das heißt, da wird Zeit sein, um sich zu erholen. Vielleicht von dem, was im Sommer war. Auch ist da Zeit, um Neues zu beginnen, die Ernte einzufahren sozusagen, sich bewusst zu machen, wie es weitergehen soll. Das ist da, was quasi 2024 am Anfang ist. Neue Ausrichtung, gucken, was will ich wirklich. Kommt 2024 im Oktober, November nochmal so eine Qualität, die man dafür nutzen kann, nochmal zum Gucken, wie möchte ich weitermachen. Je nachdem, was man dann macht, kann es im Dezember nochmal zum Knall kommen oder nicht. Wie es dann weitergeht, schwer zu sehen. Da gibt es zu viele, zu viele Möglichkeiten. Jetzt fangen wir erstmal da an, wo wir sind. Und der Übergang von 2024 zu 2025, der kann irgendwie auch sehr krass werden. Da ist Potenzial für was richtig Heftiges, aber das steht noch nicht fest. Das ist schwer, das fix zu sagen. Es hängt einfach davon ab, wie sich die Menschen bis dahin verhalten. Okay, nochmal kurz zusammengefasst, weil ich auch so ein bisschen gehüpft bin und dann komme ich zu den einzelnen Lebensbereichen, wie sich das da zeigt, was man da tun kann. Januar. Im Januar kommt Kraft zum Nachspüren, was einem wirklich wichtig ist. Im Februar kommt Kraft zum Pläne schmieden, konkrete Pläne machen, die wirklich einen in die Handlung bringen können. Also wirklich eine Struktur aufzuschreiben, wann man wie, wo was machen möchte. Im März ist dann die Kraft da zum Samensehen, aktiv zu sein, wirklich im März aktiv sein, lohnt sich in die richtige Richtung natürlich, weil das entscheidet, wie das gesamte weitere Jahr dann laufen wird, kollektiv und auch persönlich. Also es kommt auch darauf an, was die Menschen alle zusammen im März so treiben, was da so gemacht wird. April, Mai, Juni, Juli, da sind viele Möglichkeiten, dass alles Mögliche schief gehen kann, aber es hängt davon ab, was man eben im März gemacht hat. Und weil da legt man das fest und wichtig zu wissen, da ist nur das Potenzial dafür da. Aber jeder entscheidet für sich persönlich und das Kollektiv natürlich auch. Also es ist viel, man hat viel selber in der Hand, aber es ist halt da ein besonderer Einfluss da, dass echt einiges schief gehen kann, muss aber nicht, komme ich später noch dazu, wie man dafür sorgen kann, dass es nicht schief geht. August, hier drängt eben Unbewusstes schlagartig an die Oberfläche oder da ist einfach, das sieht so aus, als wusch, kommt da einfach was hoch. Es kann knallen. Hier kommt auch was, was uns allen viel Energie rauben kann. Ich schätze wird, gucken wir mal. Also etwas herausforderndes auf jeden Fall. Und das kann sich innerlich, aber auch äußerlich zeigen. Meistens ist ja beides, oder beim einen innerlich, beim anderen äußerlich, aber gerade so große kollektive Dinge sind natürlich äußerlich sehr auffällig dann. Innerlich kriegen das viele nicht mit. So, das ist immer ein bisschen blöd. September, hier kommt dann alles zum Höhepunkt, was man davor gemacht hat. Also September, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, was sich da zeigt, was die Menschen bis dahin so gemacht haben. Weil da ist einfach viel möglich, dass man auch schöne Dinge tun kann, wenn man im März die richtigen Weichen stellt, dass im September richtig was krass Tolles bei rauskommt. Oktober, November, Zeit zum Ausruhen, zum Neuausrichten, Dezember, eine schwächere Knallenergie, je nachdem, was davor war. Okay, das sind so die allgemeinen Energien, Kräftemöglichkeiten, Räume im allgemeinen Bewusstseinsstrom, so wie die jetzt aussehen, von hier, wo ich jetzt das Video drehe, wie das jetzt erscheint. Und das kann sich natürlich auch ändern, je nachdem, was das Kollektiv so ändert. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Lebensbereiche an. Was bedeutet das, was ich gerade erzählt habe, nächstes Jahr 2024, für die Beziehungen? Anfang des Jahres kann sein, dass man in Beziehungen das Gefühl hat, alles nochmal genau prüfen zu müssen. Läuft so, wie man sich das vorgestellt hat oder nicht. Es kann auch sein, dass so eine Unzufriedenheit schneller an die Oberfläche tritt und man sagt, ja, will ich das, will ich das nicht. Achtung, es geht aber nicht darum, Januar, Februar Entscheidungen zu treffen, sich zum Beispiel zu trennen oder zusammenzuziehen oder zu heiraten oder sowas. Ich würde bis März dafür warten. Im März ist es klarer, ist mehr Kraft dafür da, da zeigen sich die Wege, da ist es einfach einfacher und es ist sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Januar, Februar würde ich so eine Entscheidung nicht betreffen, die eine Beziehung wirklich, also sehr betrifft, sehr beeinflusst. Im Sommer ist es dann wichtig, besonders gut zusammenzuhalten in Beziehungen. Sich schnell zu verzeihen, wenn man mal gestritten hat, nicht so nachtragend zu sein, nicht alles so ernst zu nehmen. Humor hilft, dass man lieb miteinander ist, dass man besonders aufeinander Acht gibt und sich nicht alles so persönlich nimmt und nicht so viel aufeinander projiziert und offen und ehrlich einfach ist. Klar, es ist immer wichtig, aber im Sommer wirklich darauf achten, dass man zusammenhält, im Team zusammenhält. Und wenn die Bindung in der Beziehung mal nicht so da ist, dass man nicht dann denkt, oh nein, jetzt muss ich mich trennen oder das ist alles blöd, sondern dass man sich dann einfach an die schönen Zeiten erinnert und auf das, was man künftig noch alles Schönes tun kann. Was bedeuten diese Energien nächstes Jahr beruflich? Berufliche Veränderungen am besten auch erst ab März, weil davor ist es schwer, weil die Kräfte fehlen, die sich dabei unterstützen können, da wirklich große Veränderungen in Angriff zu nehmen. Aber wenn du schon lange mit der Idee spielst, dich beruflich zu verändern, dann nimm dir auf jeden Fall Januar, Februar die Zeit dafür, in dich zu gehen, zu überlegen, was will ich, wie kann ich das machen und dann im März eben zur Tat zu schreiten. Im Sommer könnte auch was passieren, was viele Berufe betrifft. Da wird mir sowas angezeigt, aber das will ich nicht so raushauen. Schauen wir mal. Das befindet sich alles im Fluss. Aber das kann die Berufswelt, da könnte was passieren, was die Berufswelt erschüttert. Sehen wir mal. Schwer anzuschätzen, vielleicht kommt es auch anders. Vielleicht zeigt es sich auch noch innerlich. Auf jeden Fall haben wir da eben eine unkontrollierte Energie, die an die Oberfläche kommt und das wird auch beruflich einiges aufwirbeln. Und falls du selbstständig bist, würde ich dir empfehlen, für diese Zeit, für die Sommerzeit, etwas mehr Rücklagen anzulegen, soweit das geht. Weil in vielen Berufszweigen gibt es ja auch so ein Sommerloch. Wenn da eh wenig Umsatz ist, guck, dass du die Monate davor dir ein bisschen mehr zur Seite legst für das, was da kommen könnte. Das wäre einfach hier mein Tipp. Ansonsten auch, wenn du angestellt bist, ich würde nicht so viel Geld jetzt raushauen für Konsum und so. Ich würde mal was zurückhalten. Das wäre so mein Finanztipp für nächstes Jahr, mit den Ressourcen gut hauszuhalten. Sowohl mit deiner Lebensenergie, auch mit deinem Geld. Wirklich. Gut, 2024. Das, was deinem Bewusstseinsstrom, was da gezeigt wird, was bedeutet das für die Gesundheit nächstes Jahr? Mein Tipp für nächstes Jahr ist es im Frühjahr, es nicht mit Sport zu übertreiben, weil die Gefahr für Unfälle da ist. Frühjahr, Sommer, so ab April, bis in den Sommer rein, die Zeit, ich würde da nicht, ich würde es da nicht übertreiben. Klar, kommt drauf an, was du beruflich, vielleicht bist du auch Sportler beruflich, das ist natürlich schwierig. Aber ich würde jetzt keine Extremsport-Sachen anvisieren, wenn du normalerweise sowas nicht machst, weil da steigt die Unfallgefahr. Das ist einfach, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher als sonst. Aber muss nicht so kommen. Ich sage es einfach nur. Der März ist, denke ich, besonders günstig für OPs, die anstehen oder so, oder auch alle möglichen Gesundheitskuren, Entgiftungskuren oder mal einen Gymnastikkurs anzufangen oder eine neue Sportart, aber wie gesagt, nicht übertreiben, halt gesund, sanft, weich, damit anzufangen. März ist echt so, was man da anfängt, davon profitiert man das ganze Jahr. Also alles, was du dir gesundheitlich Gutes tun möchtest, fange März damit an. Recherchiere Januar, Februar, fange März damit an. Im Sommer würde ich auf jeden Fall urlaubstechnisch auch eher was Entspanntes einplanen, etwas, was dich regenerieren lässt und was nicht so viel Energie verbraucht. Es kommt ja darauf an, wer du da bist und was für Urlaub du gerne machst. Meine Empfehlung wäre irgendwas, was nicht so viel Energie verbraucht und was Entspanntes zu machen. Keine Abenteuer-Safari oder eben was, würde ich jetzt nächstes Jahr 2024 nicht machen. Was bedeutet das, was auf uns zukommt da für die spirituelle Entwicklung? Hier wird es aus meiner Sicht besonders interessant, vielleicht auch aus deiner Sicht, gucken wir mal. weil 2024 wird ein Jahr, in dem vor allem eines besonders gut gelingen wird. Schattenarbeit. Da zucken manche so zusammen. Schatten. Schatten ist quasi ein psychologischer Begriff oder auch ein schamanischer Begriff, was für die unbewussten, verdrängten Inhalte steht. Für das, was in uns schlummert, was uns unangenehm ist, was wir verdrängen, so Trauma oder alte Emotionen, schlimme Erfahrungen, die wir nicht angucken wollen. Und nächstes Jahr 2024 ist ein super Jahr, um diese Dinge an die Oberfläche zu holen, um in die Heilung zu gehen. Das bedeutet, dass man sich all das bewusst macht, was man bisher verdrängt hat. Man kann quasi nächstes Jahr sehr, sehr viele Altlasten loslassen. Besonders im Sommer. Besonders im Sommer. Also aus meiner Sicht hat das Jahr 2024 oder ist das Jahr 2024 ein richtig krasses Jahr für Bewusstwerdung, für Aufwachen, für spirituelle Öffnung besonders geeignet. Und das ist natürlich nicht immer Heiditei und Honigkuchen, sondern da geht es einfach mal richtig zur Sache und man kann, und das kann auch mal richtig unangenehm werden, aber das gehört halt dazu. Wenn da was wehtut und man verdrängt das und man guckt dann hin, dann merkt man erst mal, dass es wehtut. Aber dann kann man auch in die Heilung gehen. Das heißt, 2024 ist ein Jahr der großen Heilungschancen auf der inneren Ebene. Wirklich. also hast du besonders vor, hast du irgendwas Besonderes nächstes Jahr vor, also irgendwas, ja, was du schon lange machen möchtest oder was dir wichtig ist oder du merkst, jetzt ist Zeit dafür. Dann startet damit im März. Nicht früher und nicht später. Wirklich fixiert den März an. Das wird dir wirklich, ja, voll den Turbo geben und du wirst viel, viel und lange davon profitieren. Halte im Sommer deine Ressourcen zusammen und tu nichts Unüberlegtes im Sommer. Bleibe im Mitgefühl und in deiner Mitte. Das ist ganz wichtig. Und ich bin sehr gespannt, was sich Ende des Jahres zeigt, weil das kommt echt darauf an, wie so das ganze Kollektivmenschheit, was die so besonders im März machen. Das ist echt total spannend. Okay. Jetzt noch eine Bitte. Die Botschaft klingt vielleicht etwas düster, je nachdem, auf welchem Ohr du jetzt zugehört hast. Klingt vielleicht ein bisschen düster. Ist sie aber nicht. Die zeigt einfach die Potenziale auf, die im allgemeinen menschlichen Bewusstseinsstrom nächstes Jahr 2024 da sind. Wenn du in deiner Mitte bleibst, bei dir, im Mitgefühl und nah bei dir selbst und immer spürst tief drin, was wirklich tief in dir drin zu dir passt und wenn du wenn du handelst, dann, wenn es wichtig ist zu handeln und wenn du ruhst, wenn es das braucht, dass du dich ausruhst, dann kannst du dich wirklich auf ein faszinierendes Jahr 2024 freuen. Teile sehr gerne dieses Video mit allen, wo du denkst, für die ist das auch wichtig zu wissen. Ansonsten wünsche ich uns allen einen super Übergang ins Jahr 2024 und ja, viele gute Ideen für März und eine wunderschöne Zeit.